Hey Leute, heute will ich das Thema Rebound Beziehungen anschneiden. Was ist ein Rebound genau? Ein Rebound ist der Kerl oder die Frau, auf den sich euer Ex wirft direkt, nachdem sie aus eurer Beziehung rausgekommen ist. Ist immer ziemlich schmerzhaft zu sehen, denn ihr fühlt euch ersetzt. Dafür gibt es auch kein genaues Zeitfenster, das kann zwei Monate nach der Trennung sein, aber wie in manchen Fällen auch zwei Monate vor eurer Trennung anfangen. Ich sag's mal wie es ist, so oder so, ob sie euch betrogen hat oder das offiziell erst danach angefangen hat. Sehr selten hatte sie vor der Trennung noch keinen Kontakt zu der neuen Person. Aber ich hoffe euch in den nächsten Minuten klar machen zu können, wieso das unter Umständen gar kein Nachteil für euch sein muss und wieso ihr mit der richtigen Einstellung das Ganze für euch nutzen könnt. Also, wie ist die Situation gerade? Ihr wart in einer längeren Beziehung, im besten Fall über ein Jahr oder habt sehr viel Zeit körperlich anwesend zusammen verbracht. Das ist wichtig für eure Bindung zueinander. Jetzt seid ihr getrennt und ihr stolpert in Social Media irgendwo über ein Bild von ihr mit einem neuen oder sie ändert ihren Beziehungsstatus. Ihr bekommt's von Freunden erzählt oder sie war so nett, euch unter die Nase zu reiben. Höchstpersönlich. Erstmal, sich jemanden nach einer Trennung zu suchen, ist der Versuch, die Trauer und das Alleinsein, das ihr gerade spürt, zu vermeiden. Ihn sich davor zurechtzulegen, ist leider relativ typisch heutzutage. Es ist für Frauen einfach viel zu einfach, Aufmerksamkeit von Männern zu bekommen. Mal ein kleines Selbstexperiment. Sucht euch eine halbwegs attraktive Frau, lasst sie einen neuen Instagram-Account aufmachen und stellt drei Fotos im Bikini von ihr ein. Und dann schaut zu, wie ihr Postfach explodiert. Das heißt nicht, dass Frauen per se drauf anspringen. Aber sie müssen sich nicht anstrengen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und irgendwas hat eure Aufmerksamkeit für sie innerhalb der Beziehung so sehr sinken lassen, dass andere für sie interessant wurden. Gebe ich euch die Schuld dafür? Ja, teilweise. Heutzutage wissen die meisten Männer es einfach nicht besser und winken ab, wenn sie gefragt werden, ob sie Frauen verstehen. Aber es gibt sehr viele Sachen, die sie verstehen könnten und was ihr in Zukunft hoffentlich besser macht. Also erstmal zurück zum Thema. Eure Ex möchte also vermeiden, allein zu sein und ihre Bindungsängste, das Vermissen und das ganze Spektrum ihrer negativen Gefühle durchzumachen. Das, was ihr gerade durchmacht. Genau das würde sie abbekommen, wenn sie ohne jemanden in der Hinterhand von euch abspringen würde. Das ist normal. Macht das den Rebound zum bestmöglichen Kandidaten? Hat sie sich das gut überlegt und ihn mit all seinen Schwächen und Stärken kennengelernt? Nein, natürlich nicht. Je näher das alles an eurer Trennung dran ist, desto weniger Alltag hat sie mit ihm erlebt. Er gibt sich von seiner besten Seite und sie sieht in ihm hauptsächlich das, was sie bei euch nicht mehr hatte. Muss er deswegen scheiße oder schlecht für sie sein? Auch nein. Das denkt ihr aber natürlich und das solltet ihr verdammt noch mal für euch behalten. Also, was habt ihr zu tun, wenn sie das macht? Ihr habt eure Füße still und euren Mund geschlossen zu halten. Ihr habt eine Bindung zu ihr. Gemeinsame Insider und Erlebnisse. Und was hat sie mit dem Neuen? Spannende WhatsApp-Gespräche. Anfängliche Verliebtheit. Mal ein kleiner Auszug aus meiner Trennung. Ich hatte nicht locker gelassen und wollte mir das volle Programm geben. Das Ergebnis war, dass sie alles relativiert hat, was wir hatten. Und sagte, wenn er heute fragen würde, ob er sie heiraten will, würde sie Ja sagen. Das war sieben Tage, nachdem sie mir das letzte Mal gesagt hat, dass sie mich liebt. Ihr schickt sie durch eine Achterbahn der Gefühle. Ihre Bindung zu euch ist immer noch vorhanden. Aber sie wollen nicht, dass ihr das wisst. Und sie haben die Trennung hinter sich gebracht. Sie wollen Ruhe. Und wenn ihr jetzt anfangt, sie zu bedrängen oder im schlimmsten Fall den anderen Typen fertig zu machen – und dazu zählt auch nur der Versuch, was ich zum Glück gelassen habe, aus reiner Logik raus – dann bringt sie das nur noch mehr mit ihm zusammen. Genau wie wenn ihr die Kontaktsperre brecht. Ihr seid die nächsten Minuten oder Stunden das Thema für die beiden. Aber vor ihrem neuen Kerl wird sie kein gutes Haar an euch lassen, weil ihr sie nervt und nicht respektiert. Es sind Gespräche, von denen wollt ihr nicht, dass ihr sie mit ihm hat oder mit anderen Freunden führt. Also lasst sie machen, lasst sie in Ruhe. Rebound-Beziehungen halten der Erfahrung nach in 90 Prozent der Fällen nicht. Und wenn sie doch halten sollte, dann hättet ihr nichts dagegen tun können, um es zu verhindern. Ihr solltet zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das rausfindet, innerhalb der Kontaktsperre sein. Klar tut's weh zu hören und drüber nachzudenken, was sie gerade macht. Ihr solltet so wenig wie es geht davon mitbekommen. Das ist Negativität, die euch davon abhält, alles was ihr habt in euch zu investieren. Und das ist der Weg, mit dem ihr alle Rebounds, die sie haben könnte, am Ende übertreffen werdet. Ihr könnt und sollt euch nicht direkt mit ihm messen. Wie soll ein Schwanzvergleich oder das Schlechtmachen von dem anderen euch dabei helfen, dass ihr wieder Gefühle für euch bekommt? Ihr müsst besser als der andere sein. Ihr müsst es sein. Ganz einfach. Und wenn sie das nicht so sieht oder sie sich mit dem Gedanken angefreundet hat, dass er besser währt als ihr, dann ist das ihr Verlust. Ihr seid niemand, der sich jemandem aufdrängt. Ihr seid jemand, um den es sich zu kämpfen lohnt. Ihr seid der Preis. Oder zumindest solltet ihr zu dem werden wollen, gerade wenn ihr solche Gedanken habt und dem anderen die Pest an den Hals wünscht. Die Person, die den Fehler begeht, ist eure Ex. Und wie bei allem anderen auch, muss sie von allein drauf kommen. Die Kontaktsperre ist für euch in der Zeit wirksam, weil ihr an euch arbeitet. Und bei ihr, weil ihr sie im Ungewissen darüber lasst, ob ihr noch Interesse an ihr habt, oder wie es euch geht. Wenn ihre Beziehung auseinander gehen sollte, und oft tut sie das, weil etwas von euch darin fehlt, dann wird sie die Angst um das Alleinsein spüren, und zwar doppelt so stark wie ihr vorher. Gerade bei Frauen kommen dann solche Gedanken wie, gibt es denn nicht den einen für mich? Kinderwunsch und Hochzeit spielen da ab einem gewissen Alter noch stärker mit rein. Aber sind natürlich da kein Muss. Da beginnt dann der Prozess, in dem sie sehen, was sie in euch hatten. Und vielleicht melden sie sich dadurch dann wieder bei euch. Und wenn sie dann sehen, was ihr aus euch gemacht habt, dass ihr eure eigenen Ängste in den Griff bekommen habt, die ihr jetzt kurz nach der Trennung habt, dass auf euch Verlass ist, und wie ihr auf sie eingehen könnt, weil ihr eure Probleme aufgearbeitet habt, dann seid ihr für sie der attraktivste Kandidat. Nutzt das. Nutzt es nicht aus. Es kann schwer werden und muss nicht unbedingt zu was führen. Sie hat nicht an sich gearbeitet in der Zeit. Sie hat Zeit verschwendet mit jemand anderem. Aber ihr könnt jetzt die Richtung vorgeben, in die ihr gehen wollt mit ihr. Macht euch also nicht zu viele Gedanken, was sie in ihrer neuen Beziehung erleben könnte, oder dass sie euch vergessen könnte. Eigentlich tun neue Kerle euch einen Gefallen. Irgendeinen Schaden haben wir alle ab einem gewissen Alter. Und eure Ex schaut in den ersten Wochen und Monaten erstmal durch die rosa-rote Brille auf den Rebound. Sobald das vorbei ist, ist die Möglichkeit wieder da. Und vielleicht treibt er sie sogar durch Unsicherheit wieder genau in eure Arme. Das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich und ich denke, da zu dem Thema wird noch mehr kommen in Zukunft. Aber bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Video.